Hallo, ich bin es wieder, Tobias. Herzlich willkommen zu meinem Mastery-Video über Manipulationen in Diagrammen. Jetzt ist ein gesammeltes Wissen aus den letzten Videos gefragt. Du wirst Diagramme betrachten und entscheiden, ob eine Manipulation vorliegt oder nicht. Lass uns anfangen. In diesem Video geht es um Bert. Bert ist ein Kaktus und liebt Kekse über alles. Sein Problem ist, dass er derzeit keine hat. Hilf ihm doch dabei, welche zu bekommen. Bevor es losgeht, hol dir bitte ein Blatt Papier und einen Stift. Bert ist auf deine Hilfe angewiesen. Du musst so viele Fragen wie möglich beantworten, um Kekse zu verdienen. Für jede richtige Antwort gibt es nämlich einen Keks. Sammle so viele Kekse wie du kannst, dass du sie dann Bert übergeben kannst. Wenn du bereit bist, dann lass uns jetzt loslegen. Wir beginnen mit diesem Diagramm. Es stammt aus einer Broschüre einer Keksfabrik. Die zentrale Aussage daraus ist, dass die Kundenzufriedenheit mit den Keksen auf 43,4% hochgeschnellt ist. Was denkst du? Handelt es sich bei diesem Diagramm um eine Manipulation oder nicht? Entscheide dich jetzt, ja oder nein? Falls du ja gesagt hast, dann gibt es allen Grund zur Freude. Und das nicht nur für dich, sondern auch für Bert. Denn Bert bekommt seinen ersten Keks. Lass uns das Ganze noch etwas genauer betrachten. Erkennst du, welche Manipulation hier vorliegt? Richtig, es wurde die Y-Achse abgeschnitten. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Jahren wirken dadurch gewaltig. Der Blick auf die Prozentangaben zeigte hingegen, dass die Werte nur zwischen 41,8 und 43,4% schwanken. Sie unterscheiden sich also kaum voneinander. Lässt man die Y-Achse bei 0 beginnen, so sieht die Angelegenheit ganz anders aus. Dieses Diagramm zeigt die Sache so, wie sie wirklich ist. Jetzt zur zweiten Aufgabe. Chantal geht gerne laufen und erstellt ein Diagramm, um ihren Fortschritt zu veranschaulichen. Darin dokumentiert sie, wie viele Kilometer sie im jeweiligen Monat durchschnittlich pro Tag läuft. Liegt hier eine Manipulation vor? Was meinst du? Ja oder nein? Schau dir das Diagramm genau an und entscheide. Ganz richtig, hier handelt es sich um ein nicht manipuliertes Diagramm. Falls du richtig gelegen bist, zeichne dir einen weiteren Keks auf. Nun geht es wieder darum zu begründen, woran du erkannt hast, dass dieses Diagramm nicht manipuliert wurde. Die Achsen sind beschriftet, die Einheiten auf der Y-Achse sind angegeben und laufen in Einserschritten. Du kannst genau ablesen, wie viele Kilometer Chantal im jeweiligen Monat durchschnittlich pro Tag läuft. Falls du richtig gelegen bist, kannst du dir einen weiteren Keks auf dem Blatt aufzeichnen. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Ein Reisebüro erstellt zum Firmenjubiläum eine Werbebroschüre. Die zentrale Aussage ist, dass es 2024 doppelt so viele Reisen verkaufen konnte wie 2020. Fällt dir etwas bei dieser Darstellung auf? Du bist wieder dran. Denkst du, es handelt sich hierbei um eine Manipulation? Ja oder nein? Falls du ja gesagt hast, liegst du richtig. Es bleibt die Frage, wie diese Manipulation zustande gekommen ist. Hast du eine Vermutung? Stimmt, es wurden die Längen anstatt des Flächeninhalts verdoppelt. So sieht der Zuwachs viel dramatischer aus. Der Flächeninhalt der rechten Abbildung ist viermal so groß wie der der linken. Allerdings wurden 2024 nicht viermal, sondern nur zweimal so viele Reisen verkauft wie im Jahr 2020. Es wird nun Zeit, deine gesammelten Cookies am Bär zu übergeben. Wie viele Cookies hast du für ihn? Damit sind wir auch schon am Ende des Lernzyklus zur Manipulation von Darstellungen angekommen. Es freut mich, dass du dabei bist und ich hoffe, dass du einiges zum Thema Manipulation gelernt hast. In Zukunft wirst du vermutlich etwas genauer hinschauen und dir überlegen, ob eine Darstellung wirklich das abbildet, was sie vorgibt abzubilden. Zum Abschluss möchte ich dir noch verraten, dass es auch einige weitere Methoden gibt, um Darstellungen zu manipulieren. Wichtig ist immer, dass man genau hinschaut und dass man sich überlegt, ob diese Darstellung wirklich das zeigt, was sie vorgibt zu zeigen. Es freut mich, wie gesagt, dass du dabei warst. Ciao. Wichtig ist immer, dass du dabei warst. Wichtig ist immer, dass du dabei warst. Wichtig ist immer, dass du dabei warst. Vielen Dank.